Heute möchten wir euch den Alltagsrucksack Explorer von TheKine vorstellen. Das Sortiment des von der Insel Maui stammenden Herstellers TheKine umfasst Rucksäcke für den Alltag, Reisen, Hand- und Reisetaschen, Schulterbags sowie Schul- und Unirucksäcke. Der Rucksack hat eine Größe von 50 x 30 x 25 cm bei einem Stauvolumen von 26 Litern und einem Gewicht von 780 Gramm. Der Tagesrucksack verfügt über eine Haupt- und Fronttasche. Über einen Reißverschluss mit ergonomisch geformten Sippern gelangt man in das Innere des Rucksackes. Das geräumige Hauptfach verfügt über ein gepolstertes Extrafach, in dem ein 15 Zoll Laptop schützend transportiert werden kann. Der TheKine Explorer ist auch ideal für die Schule oder Uni geeignet. Dafür können im Hauptfach A4 Ringbuchordner Hefte und Bücher verstaut werden. In der Fronttasche des Rucksackes befindet sich ein Organizer-Fach. Hier können in den unterschiedlichen Einschubfächern Smartphone, Taschenrechner und Stifte transportiert werden. Ein fließgefüttertes Reißverschluss im Nacken des Rucksackes dient zur Aufbewahrung unterschiedlicher Brillen. Ein zusätzliches Extrafach dient zur Aufbewahrung eines Portemonnaies oder eines MP3-Players. Der Explorer verfügt über zwei an den Seiten angebrachten Netztaschen. Diese dienen zum Transport eines Regenschirms oder einer Trinkflasche. Der hohe Tragekomfort wird durch die ergonomisch geformten EVA-geschäumten Tragegurte gewährleistet. Diese verteilen die Last des Rucksackes gleichmäßig auf Schultern und Rücken. Ein in der Höhe verstellbarer Brustgurt sorgt dafür, dass die Schultergurte auch bei längerem Tragen nicht ihre Position verlieren. Dieser ist zusätzlich mit einem Gummielement ausgestattet und dient dazu Bewegungen im Brustbereich auszugleichen. Wer sein Skateboard oder andere sperrige Sachen transportieren möchte, der findet an der Front des Explorers zwei verstellbare Transportschlaufen mit Steckverschluss. Der Skate- und Tagesrucksack Explorer ist für alle geeignet, die einen robusten Begleiter für die Schule, Uni, Arbeit oder einfach für den nächsten Trip suchen. Der große Stauraum, die vielen Verstaumöglichkeiten, das hochwertige Material und die sehr gute Verarbeitung machen diesen Rucksack zum idealen Begleiter. Wenn du mehr über diesen Rucksack erfahren möchtest, dann klicke auf den Link unterhalb des Videos. Hat dir das Video gefallen? Dann gib uns doch einen Daumen hoch und besuche uns auf rucksack-test24.com.